So, hier oben sehen wir noch mal den Formationsflug von zwei Fujis. Das haben wir dann von den zwei Fahrzeugen hier in den Mengen. Der Michael Horn und Michael Senkogen, die beide eine Fuji haben und die auch hegen und pflegen auch diese beiden Flugzeuge. Wir sind Oldtimer und die zeigen uns hier eine sehr eng geflogene Formation. Das macht uns sehr schön. Hierbei ist eine klar Absprache zwischen den Piloten notwendig, dass man weiß, was der eine tut. Man braucht auch Ernehmigungen, um das Machen zu surfen. Und sie zeigen uns hier ein paar Schichtenweite, die wir zu prüfen. Und unser Schleppzug mit den Rangentümen auf der linken Seite. Und dann geht's weiter mit der Flone. Zu sehen uns hier ein paar Schritte. Es macht die Flöden auf die Flöden auf die Flöden da und beim Flöden. Die Flöden auf den Tag los gehört. Drei Stunden. Drei Stunden. So, wir warten immer noch auf die Gäste, die mit der Antonov nach Winzeln fliegen wollen. Die sollen sich bitte bei der Donauherr-Service melden. Die Gäste, die mit der Antonov nach Winzeln wollen und da gebucht haben oder Karten gekauft haben, die sollten sich langsam mal auf den Weg machen, weil das Flugzeug spätestens um 18 Uhr Richtung Winzeln fliegen muss. Also, letzte Chance, 1, 2, 3, 4 Winzeln mehr. So, jetzt sehen wir hier die beiden GOW 100, die jetzt hier auf ihre endgültige Höhe gekommen, die Höhe wird sich, dann kommen sie jetzt schon in die Wolken rein und müssen sie dann auch aufhören. Das wird dann einfach zu eng. Ich denke, sie werden jetzt auch die am Bahnhof schon irgendwie rausklicken. Und wir sollen uns noch ganz kurz etwas zeigen. Ich denke, sie werden hier oben.